Also Abstiegssorgen beim 1. FC Köln und Abstiegssorgen, wenn es so weitergeht bei Union Berlin, müssen sich auch die Köpenicker machen. Christopher Trimmel haben wir getroffen zum Interview, das wollen wir uns gemeinsam anhören. Zur Champions League natürlich hat er sich geäußert und auch über die aktuelle sportliche Lage bei Union Berlin. Christopher, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Jetzt ist es ja aktuell so, dass ihr einerseits die erfolgreichste Vereinsgeschichte erlebt, andererseits aber aufgrund der letzten Niederlagenserie die am wenigsten erfolgreiche Zeit in der Union-Geschichte. Ist es so, dass du aktuell auch aufgrund der Champions League den schönsten Union-Traum lebst oder ist es schon der schlimmste Union-Albtraum? Nein, es ist schon noch schön, Fußball zu spielen bei Union. Ich glaube, speziell das Ding mit der Champions League, ich glaube, wir haben im Kader vielleicht eine Handvoll Spieler, die schon mal Champions League gespielt haben. Das ist der Traum von jedem Fußballer, deswegen, der lebt ja noch immer, bis mindestens Winter. Und natürlich ist es jetzt eine schlechte Phase von uns, aber auch das ist für mich jetzt keine Überraschung. Ich glaube, fünf Jahre, es ging immer nur bergauf. Irgendwann kommt so eine Phase und wir wissen alle, irgendwann werden wir da rauskommen, hoffentlich. Wir sind noch ruhig intern und arbeiten daran einfach. Du sagst es ja gerade, wenn man die letzten fünf Jahre von Union Berlin betrachtet, ist es eine phänomenale Erfolgsgeschichte. Hättest du dir jemals erträumt, dass du eines Tages im Union-Trikot in der Champions League aufläufst? Ja, natürlich nicht. Das ist zwar ein Traum, aber man denkt nicht daran, weil am Ende war das große Ziel der Aufstieg. Dann hast du es geschafft, dann geht es eigentlich nur mehr um den Klassenerhalt. Und du wirst dich auch medial so behandeln, jetzt haben sie den Klassenerhalt geschafft, nächstes Jahr sind sie dran, dann steigen sie ab. Dann kommst du in die Conference League, dann, okay, jetzt haben sie die Doppelbelastung, jetzt steigen sie ab. Und es ging halt immer so weiter und wir haben halt uns entwickelt, haben an unseren Schwächen gut gearbeitet. Und ja, dass es jetzt so gekommen ist, wie es gekommen ist, ist, glaube ich, einzigartig im Fußball. Und das kann man ja fast gar nicht erklären. Man profitiert von vielen Dingen, nicht nur jetzt von unseren Stärken, sondern auch von Schwächephasen anderer Mannschaften. Also wir sind nicht so arrogant und sagen, wir gehören ganz klar da oben hin, sondern da waren halt schon Mannschaften dabei, die einfach eine schlimme, schlechte Phase durchgemacht haben und so wie wir aktuell vielleicht mal sechs, sieben Spiele nicht gewonnen haben. Jetzt bestreitet ihr eure Champions League-Spiele nicht hier, wo wir sitzen, an der alten Försterei, sondern ausgerechnet bei der Konkurrenz in Berlin, die aktuell in der zweiten Liga eigentlich spielen, im Olympiastadion. Was macht das für euch für einen Unterschied? Schon im Großen. Also ich bin ehrlich, also für mich persönlich, weil alte Försterei ist unser Zuhause, unser Wohnzimmer. Ich glaube, da hast du auch den Faktor, dass sich der Gegner nicht wohlfühlt. Das kommt noch dazu. Olympiastadion, klar hatten wir die Conference League schon da, wir haben auch da ein Derby gewonnen. Aber es ist nicht unser Stadion und es ist nicht nur für uns eine Herausforderung, auch für die Fanszene. Wenn man am Ende, die Fanszene hat da 20.000 Fans im Griff und supportet die oder leitet die sogar an. Und jetzt im Olympiastadion, wir wussten vorher nicht, was passiert. Hast du jetzt wirklich diese Union im Stadion? Was ist, wenn du gegen Real nach 30 Minuten 3-0 hinten bist? Gehen die nach Hause, was eigentlich ein No-Go ist? Also man stellt sich schon Fragen. Am Ende haben wir es so angenommen, wie es ist. Wir können es eh nicht ändern, aber ich hätte lieber gerne da unten gespielt. In der Bundesliga ist es ja so, dass die Erwartungshaltung diese Saison an Union groß war. Der kommt dir aktuell nicht nach. Aber in der Champions League habt ihr Superspiele abgeliefert und war zum Beispiel auch gegen Rhein-Madrid ganz nah dran an eurem ersten Punkt in der Königsklasse. Also was macht Union Berlin aktuell so große Probleme? Ich glaube, dass speziell die letzten Jahre war unsere größte Stärke die Kompaktheit, das Verteidigen, unangenehm sein, auch clever sein, nicht im Gegend einfach laufen lassen, auch mal taktische Fouls ziehen, eckig sein. Das sind jetzt so kleine, unangenehme Punkte, die uns ausgemacht haben, sprich unterm Strich wenig zugelassen und aus unseren wenigen Konterschancen, Standards effektiv Tore erzielen. Jetzt aktuell ist es oft so, wir haben mega viel Torchancen, lassen aber auch sehr viel zu, also mehr als die letzten Jahre. Und diese Harmonie, das stimmt einfach aktuell nicht. Also wir sind teilweise zu offen, nach vorne hin alles gut, man freut sich, wenn man viele Torchancen hat, aber wir sind nicht die Mannschaft, die dann Spiele 5-4 gewinnt, sondern wir waren eigentlich immer eine Mannschaft, die 1-0, 2-1 die Spiele gewinnt und da müssen wir dran arbeiten. Kann man sich als Unioner, vor allem auch als einer, der alles miterlebt hat, so wie du, ein Union Berlin ohne Urs Fischer überhaupt vorstellen? Ne, also aktuell nicht. Ich glaube, man sieht und merkt es natürlich, wenn er einen Platz betritt oder vorgestellt wird, ist immer am lautesten. Mega-Standing, ich meine, er ist der Trainer, der den Verein in die Bundesliga gebracht hat, in die Conference in Europa. Und du bist ein Spieler davon? Natürlich, aber er ist schon der Chef und der Kopf mit Olli Runer, das muss man schon auch sagen, ist nicht selbstverständlich. Von dem her, ja, also der hat sich das absolut verdient, den Applaus und die Anerkennung. Und ich glaube, ja, da wünscht man sich natürlich schon, dass man dann wieder schnell in die Spur findet, damit sich alles wieder beruhigt, auch für ihn. Jetzt gibt es drei neue Spieler, die ein gewisses Star-Potenzial mitbringen. Ist es dann auch so, dass diese Spieler das auch einfordern und dadurch, dass Mannschaftsgefüge durcheinander bringen, sowohl auf dem Platz als auch in der Kabine? Ne, gar nicht. Und das hat mich ja am meisten überrascht, auch von allen drei. Also Leo, mega bodenständig, quatscht auch mit den jungen Spielern, ist ein sehr positiver Typ. Natürlich hat er eine Ausstrahlung, das wünscht man sich ja auch, das löst ja auch beim Gegner was aus. Aber alle drei sind ganz bodenständig und lassen jetzt überhaupt nichts raushängen. Die helfen uns, sie versuchen uns zu helfen, aber ich habe es auch betont, am Ende ist das auch für Leo als Beispiel die erste Auslandsstation. Und seine Familie ist in Italien, er ist alleine da, auch nicht so einfach. Und du kannst jetzt auch nicht von ihm erwarten, dass er alleine jetzt das Ruder umreißt. Sondern da bin ich schon so ehrlich, das sind schon eher die Spieler, die schon länger da sind, gefordert. Und da nehme ich mich genauso in die Pflicht. Leo hat mir im Vorfeld des Gesprächs, ich habe ihn gerade hier im Aufzug getroffen, erzählt, dass er nach seiner aktiven Karriere gerne Trainer sein möchte. Vielleicht kann er das ja schon gegen Napoli zum Vorschein bringen. Ja, sehr gern. Ich glaube, er wird ein guter Trainer, sehr viel Erfahrung, spricht viel, ist sehr kommunikativ. Das ist eigentlich eine gute Basis für einen guten Trainer. Wenn man die letzten Jahre von Union Berlin ohne diese Krisenserie jetzt zuletzt mit einem Filmtitel beschreiben müsste, welcher wäre das und welchen Filmtitel würdest du den letzten Wochen dann geben? Boah, das ist schwierig. Also die letzten Jahre, boah, das war ja schon fast… Eine Komödie. Nee, aber das ist schon fast wie Apollo 11, die erste Mondlandung. Was Unmögliches. Es ist ja wirklich so. Es war ja was Unmögliches, nicht Greifbares, dass ein Verein aus der zweiten Liga nach fünf Jahren in der Champions League spielt. Also das muss man so sagen. Ja, und jetzt die letzten Wochen natürlich, ja, Drama-Burf schon fast. Weil am Ende waren schon viele Niederlagen dabei, sehr spät passiert, unglücklich passiert. Aber, wie gesagt, ich liebe den Fußball dafür. Am Ende geht es darum, Punkte zu holen. Und wir sind jetzt irgendwann mal an der Stelle, jetzt brauchen wir Punkte. So weit, also Christopher Trimmel zur aktuellen Lage bei Union Berlin, Marc. Was wird es? Ein Horrorfilm oder doch ein Film mit Happy End bei Union Berlin? Also im Moment habe ich bei Union Berlin kein so gutes Gefühl. Sie haben auch im vergangenen Jahr nicht so erfolgreich gespielt, weil sie so tollen Fußball gespielt haben, sondern weil die anderen eher nicht gut genug waren, um das Spiel von Union zu dekodieren und die dann zu schlagen. Und es scheint so ein bisschen so zu sein, dass sie jetzt entschlüsselt sind. Und dementsprechend haben die Gegner es leichter, Union zu schlagen. Aber es ist doch seltsam. Sie haben zwei Vier-zu-Ein-Siege zum Saisonstart gehabt und dann bricht das ab. Das ist wie ein Strömungsabriss beim Flugzeug. Und rein zahlentechnisch, also wenn man sich die Statistiken anschaut, sind sie eigentlich in allen Bereichen besser als letzte Saison. Aber sie kriegen es einfach nicht hin mit den Resultaten. Also auch in der Champions League gegen Rhein-Madrid haben sie Last-Minute das Gegentor kassiert. Gegen Prager, glaube ich, haben sie auch Last-Minute dann noch verloren. War sehr unglücklich in der Champions League zweimal, in der Bundesliga ziemlich klar. Gestern 0-3, das ist eine Vorführung. Aber Urs Fischer, hier sehen wir sein Gesicht. Union Berlin ohne ihn kann man sich auch nicht vorstellen. Man kann sich im Fußball alles vorstellen, glaube ich. Natürlich wird Union zu ihm halten. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ob Union wie Freiburg reagiert. So nach dem Motto, wir steigen auch mit Streich ab, was die Freiburger ja mal getan haben. Da bin ich bei Union nicht so ganz sicher, dass sie sagen, wir steigen auch ab. Sie haben noch große Pläne, sie bauen ein Stadion aus. Also Union fühlt sich schon als Bundesligist mittlerweile. Ja.